hey freunde willkommen zum heutigen test da ja viele komet verabscheuen sage ich jetzt sogar schon dachte ich mir ich werde das mal auf den grund gehen wir haben hier eine night crash aus dem netto für glaube knapp 10 euro 99 ist eine 19 schuss batterie in 22 millimeter kaliber wir haben eine nem von 182 krank und erstmal mal die night crash von komet schauen uns die mal an und ja das ist halt unsere meinung ob die gut oder schlecht ist gewisse grad 10 10 euro das habe ich glaube schon gesagt schöne bunte sterne und doppeltes finale also mir hat sie gefallen wahrscheinlich sagt ihr